Das ist Hans Abels. Er ist schon lange Hauseigentümer und trotzdem Bausparfuchs bei Schwäbisch Hall. Weil er weiß, dass man mit einem Bausparvertrag auch renovieren kann. Aber hören Sie ihn selbst. Die Firma Kirch steckt jetzt mein Haus und die Kosten Schwäbisch Hall und der Staat. Wenn ich's anders machen, würde er die im Dach schaden. Lassen Sie sich mal beraten. Von einer Volksbank oder Raiffeisenbank, Spar- und Barlehensgasse oder von einem Schwäbisch Hall Außendienst.